3, 2, 1 Irgendwann bin ich auch jemand, der Videos mit mir schneidet und sowas, hast du alles geschafft Also Congrats und viel Glück und alles Glück der Welt an dich Hast du auch alles sehr, sehr gut gemacht Und machst es immer noch sehr, sehr gut Aber was ist in diesem Frankreich-Trip passiert? Kam das aus einer Reflexreaktion vom Studium? War das so ein Entspannungsding? Weil ich hatte das Gefühl immer, und das kenne ich nur von dem, was ich von Max mitbekommen habe, du musst es mal weg irgendwie von allem, du musst es einfach mal nicht ausklinken Was ist da passiert? Das interessiert mich derbe Warte ganz kurz, bevor du diese Frage beantwortest Redaktionelle Frage, wo finde ich das? Kommt jetzt gleich 2 Ah ok, ok, alles klar Ich dachte, wir haben schon 5 Themen übersprungen Also Das ist daraus entstanden dass ich in Köln keine Wohnung gefunden habe Und da war YouTube das war noch während Studienzeit also das war noch gar nicht, wo ich gesagt habe ok, jetzt gehe ich voll in YouTube rein Ich bin nach Frankreich gefahren an einen Ort, wo ich seit 18 Jahren mit meiner Family hinfahre und wo mein Bruder als Surflehrer arbeitet Ah In einem Surfcamp Ah Zum einen hatte ich einfach Bock im Surfcamp zu sein und mir da die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen Zum anderen habe ich keine Wohnung in Köln gefunden hatte also wirklich habe schon zwei Wochen bei Kumpels auf der Couch gepennt und hatte einfach keine Lust mehr da zu pennen und mir ist irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen Also bin ich einfach da hingefahren habe mit meinem Bruder im Wohnmobil gelebt quasi drei Monate und habe da mein quasi erstes YouTube-Video gedreht und habe da dann für mich beschlossen ok, vielleicht ist es das selber und habe mich da das erste Mal selber tätowiert Ich probiere in sieben Tagen tätowieren zu lernen War das ein Video auch tatsächlich? Ah, ok Und dann habe ich Teil zwei mit Jodie hier gedreht mit Maschine und dann habe ich gemerkt oh, das macht ja Laune und dann habe ich ging es weiter Und du wurdest ja so ein bisschen aus dieser Versenkung, sage ich mal gerettet von tatsächlich auch Revi, Max und Jodie war auch mit dabei, glaube ich Also weil ich weiß immer noch irgendwann stand Max hier und meinte so Ich fahre morgen nach Frankreich Ich so, du machst was? Und dann meinte er Ich rette morgen Dave aus Frankreich Und dann ist er so losgefahren und meinte halt irgendwie so Ja, der muss jetzt gerettet werden Der ist schon zu lange weg Der Junge kann zu viel Das nervt mich der Aber das ist ja jetzt irgendwie so Wohnmobil Ich dachte immer, es wäre so eine Hippie-Kommune Meinte so Der tätowiert sich Der säuft Der macht nichts mehr Der ist so korrekt, der Junge Der muss sich da rausholen Und dann weiß ich, da gibt es diesen legendären Videotrip dann wo Revi, Max und Jodie irgendwie mit einem Wohnmobil einfach zu dir gefahren sind und gesagt haben Du kommst jetzt mit Du kommst wieder mit nach Köln, los Genau Und wurde es dann da so gerettet Genau Und zum einen hatten die einfach Bock auf Urlaub Ja Und zum anderen hatte ich auch Lust zurückzukommen Ja Aber diese drei Monate mit so einem Knall zu beenden Und dann bin ich vom Atlantik ans Mittelmeer gefahren Also wirklich Côte d'Azur Blaustes Wasser Ich im Auto meiner Eltern gepennt und die im Camper Und dann haben wir da nochmal zwei Wochen sehr schönen Urlaub gemacht Und da habe ich Revi kennengelernt Und wurdest direkt verdorben Genau Wurde direkt verdorben Sagst du irgendwann immer wieder Genau Geht mir genauso Genau Und hab dann da direkt den Vertrag mit Revi unterschrieben dass ich 50% auf Lebenszeit abdrücke Aber es wird ja auch nicht so gut laufen Genau Also Revi ist da schon wirklich eine treibende Kraft bei wenn es so um Ja ist bei mir auch immer noch ähnlich Ich hab halt zum Glück nur 30% abgedrückt damals Aber das ist halt laufender Vertrag Ja Ähm Genau Und so ist das dann gestartet Und deswegen hab ich auch immer noch Probleme meine Rechnung zu zahlen und so Ja aber das ist ja normal Also ich meine du hast ja auch seinen alten Mitarbeiter abgeworben Das ist ja im Prinzip Genau Im Prinzip ist das ja eigentlich auch nur fair Ich hab ja dann Double Fuck so mäßig zurückgeschossen Genau Du ich muss dir 50% abdrücken YouTube 50% abdrücken Und das was noch übrig bleibt Also null bleibt für mich Das heißt ich klau dir jetzt erstmal dein Mitarbeiter Genau Und das plane ich auch in Zukunft weiterzutun Also Tobi ich komm Sobald einer geht steht Dave vor der Tür Hey 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 Schon davor Ist so ein Tesla Der könnte dir gehören Der könnte dir gehören Einfach so ein Model X Moment mal Dave Du fährst doch gar kein Model X Ja ich weiß Das ist auch deiner David Dobrik Your new Tesla Deutsche Mr. Beast Deutsche David Dobrik Man kennt ihn Man kennt ihn Hast du Ambitionen sowas zu werden? Safe Das sind schon ein paar Videos Mr. Beast oder Dobrik? Also eine Mischung aus beidem Nicht dieses übertriebene von Mr. Beast mit Font I have bought Bam 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 Und auch nicht dieses Von David Dobrik hinter der Kamera Du meinst Gibt's ja auch schon in Deutschland Zwei Nils Achso ja Ja Also Nils ist schon sehr nah an dem Genau Ist nah da dran Aber bei mir vielleicht ein bisschen weniger Berlin Einfluss Ja ja voll Bisschen weniger Ich lecke mit dem und dem rum Und mehr Weißt du Und mehr dieses Mehr dieses Mr. Beast Ding Das ist ja auch voll geil Ich mag Nils Videos ja voll Same Also ich weiß auch Ich find das halt so spannend Ich will mit Nils auch unbedingt nochmal ein bisschen länger quatschen Weil da hat sich ja auch diese Gruppe jetzt total aufgespaltet Und er hat auch ein Video drüber gemacht Und ich hab ihm auch direkt geschrieben Wir sind noch in Berlin bald Lass mal bitte treffen Weil ich würde super gerne mal mit dir quatschen Problem ist halt nur Wenn man mit Nils arbeitet Von Y Nils Nils kommt nie unvorbereitet Und das hasse ich So Also Nils muss immer Muss immer Mit einem Knall Muss immer einen Knall haben Und muss immer Kontrolle haben Und ich hasse Überraschungen Das heißt Wir funktionieren gar nichts miteinander eigentlich So Wir lieben uns beide Abgöttisch glaube ich Also ich mag Nils sehr gerne Und vice versa Glaube ich zumindest Aber es ist halt wirklich immer so Nils schreibt mir Nachts um ein Uhr Morgen Du Ich Stunt Driven Köln Und ich schreib zurück Nein Hab fünf Mitarbeiter Definitiv nicht Hab feste Drehtermine Morgen Geht nicht Okay Ich schicke jemand vorbei Wir drehen dann vor Ort auch für dich Dann hast du ein Video Sag ich Nein Hab feste Termine Ich kann nicht morgen Irgendwas drehen mit dir Geht nicht Ich brauche so eine Woche Vorlauf Bin einfach so Schildkröte mit dem Zeug hier geworden Brauch bissel Spiel So ne Mindestens so Halt eine Woche eigentlich Und dann so Okay Bla bla Hab ich gesagt Hab den Hund Ich kann den Hund nicht draußen Auf dem Stuntplatz legen Okay ich lass dir jemanden da Damit er sich um den Hund Und der hat wirklich alles probiert Und ich war so Nils Digga Es geht einfach nicht So Und das haben wir immer Das so wie Ich hab mal mit ihm auch Lieblingsessen gedreht Und mit seiner Crew Und dann kam er vorbereitet Und hatte tausend Sachen dabei Die er dann in mein Video eingebaut hat Und ich war so Digga Was ist denn los mit dir Und danach direkt so Ja komm mit in das Video Wir machen die und die Challenge Und ich war so Ey Nils Was geht denn ab Normalerweise kommen Leute hier hin Und ich schreib denen so Ey was ist denn Was ist denn Favorite Food Und dann kaufe ich das Und dann machen wir das Und es ist so ein bisschen Halber Podcast Und beim Kochen Und es klappt gut Die Leute sind glücklich Und bei denen war halt so 4000 Grad einfach Und das ist halt crazy Nils ist auch ein richtiges Brain Glaube ich Ja voll Und es ist halt schwierig Ein Brain zu sein Die Kontrolle haben zu wollen Aber irgendwie Sieben Anfang Dabei auf sieben Anfang 20-Jährige Leute angewiesen zu sein Die in Berlin Und auch die Storys dahinter Hast du mal mit dem gequatscht Wo er die Leute kennengelernt hat Der hat ja wirklich getindert Nach Männern Als Mann Um zu gucken Wer in diese Gruppe reinpassen würde Also es war wirklich Als ich mit denen Über ihre Origin-Stories Geredet habe Die die ich kennengelernt habe War es so Ja den kenne ich aus der Schule Das ist meine beste Freundin Und alle anderen Habe ich irgendwie Ich bin einfach auf Demos gegangen Von Sachen die mich interessieren Und habe auf einer Demonstration Leute angequatscht Die cool aussahen Und mit denen connected Um die in meine Videogruppe zu holen Da war ich so Das ist ein Drive Um die richtig zu kapitalisieren Alter ihr könnt Ihr so krank viel Geld verdienen Hier gibt's Placements Und so Clark ist übelst krank Und dann direkt wieder So einfach LKW-Fahrer So für die Hallo wollt ihr mit In meine Vlogging-Proof Ja genau Nee das Nils ist wirklich bewundernswert Absolut merkwürdiger Drive Würde glaube ich auch bei euch Crazy irgendwie reinpassen Ihr habt immer so ein sehr Also ich sag immer Ihr seid so die nächste Welle Ich hab das immer in Wellen beschrieben Es war so Gronk Sarazar Dann kam Simon Dehner Taddel Dann kam Bergmann Paluten Da war ich so mit dabei Also schon irgendwie So ein bisschen mit nach unten ging Und dann kam irgendwie Ganz lange Ganz lange nix Also von dieser Welle Also immer an gleichen Inhalten Oder so Leute aus einem ähnlichen Guss Die zu einer gleichen Zeit Angefangen haben Oder zu einer gleichen Zeit Erfolgreich geworden sind So auch natürlich sehr krass Auf die Gaming-Branche jetzt gemacht Aber da findet man immer wieder Leute wie der so Emra zum Beispiel War auch bei Paluten Und mir mit dabei In dieser Welle So Dagi Bee ist noch Auch schon Simon und so Das war die Welle Nilam oder so Wäre Gronk Weißt du Das sind immer so Diese Ausschläge Die man so findet Und dann fand ich Irgendwie kam ganz lange gar nix Dann kam so eine übelste Trashwelle Hab ich das Gefühl Aber ich konnte es gar nicht zuordnen Und dann kamt ihr alle Also auch so ein Max Den würde ich halt bei mir Mit dazu zählen Dann aber diese lange Pause Und dann eigentlich wieder bei euch Weil er auch diesen Content Voll auf diesen Ganz anderen Drive Umgestellt hat Ja Und das finde ich halt so spannend Dass das jetzt nochmal so voll deutlich wird Dass man super viele Leute hat Die ganz anders Videos machen Also bis heute noch Als ein Review oder ich das machen würde Ja weil aber auch die Man gemerkt hat natürlich Wovon ich und ganz viele andere auch profitiert haben Dass die meinungsbildenden Leute In der YouTube Szene Definitiv die Reaction Leute sind Ein Justin, ein Monte, ein Unge Sind die Leute, die sagen was cool ist Und was nicht Und dann probiert man Die Videos nicht anzupassen Um denen zu gefallen Aber anzupassen Damit es möglich ist Darauf zu reacten Also ein 17 Minuten Video Das macht keinen Sinn Wenn du darauf reactest Dann ist es eine 30 Minuten Reaction Das muss irgendwo zwischen 8 und 11 Minuten sein Damit die Reaction dann bei 15, 16 Minuten rauskommt Und im besten Fall gibst du immer wieder Anhaltspunkte Wo Leute was zu sagen können Und eine Spannungskurve Wo du dranbleiben willst Und Themen bei denen Leute was zu sagen haben Voll spannend Habe ich noch nie so drüber nachgedacht Ich richte ja alles auf Reactions aus Ja, ja, total krass Aber habe ich tatsächlich noch nie so betrachtet Aus dem Gesichtspunkt Ja, und dann dreht sich das so Dass wenn Du gerade mit YouTube startest Und ein Unge dir sagt Du siehst, wie der anfängt Mehr auf den Chat zu gucken Während einer Minute Dann denkst du Ah ja, okay Das kann ich nicht machen Du hast ja Visuell und audiovisuell Siehst du, wo Zuschauer aufhören Das Video zu gucken Ja, und dann kannst du anfangen Das da umzubauen Sodass sie die ganze Zeit so sind Oh, oh Plakate Oh, oh das nächste Oh Ja, man merkt das schon Bei Max und bei dir Finde ich Das ist so der Musikvideoschnitt Sag ich immer Drei Sekunden Du hast drei Sekunden Eine Szene und dann muss Eins, zwei, drei Nächstes Eins, zwei, drei Nächstes Irgendeine Animation Irgendwas muss stattfinden Musikwechsel Irgendeinen Schnitt Weil wenn drei Sekunden lang Nichts passiert Dann kann es eigentlich knicken Weil du immer probierst Diese TikTok-Generation zu befriedigen Dass die dann einfach da dranbleiben Wie du schon sagst Genau Aber dass man es auflegt Auf Reactions Den Gesichtspunkt Kannte ich tatsächlich noch gar nicht Ja Oder habe ich noch nicht Zumindest drüber nachgedacht Also ich weiß auch nicht Ob es bei allen so ist Aber bei mir ist es halt Definitiv ein Riesenpunkt Also Voll spannend Also ich glaube immer Das ist eigentlich dieses Dieses so irgendwie Die Generationen Die jetzt so danach kommen Also Weil irgendwie ist so YouTuber sein Oder Influencer sein Wie Hunde leben So Du machst es Acht Jahre mache ich das jetzt Und ich fühle mich Als wäre ich 40 Jahre dabei So Und dann sehe ich so einen Gronkh Und denke mir so Oh 100 Jahre Der Papa hat es aufgebaut Unsere Merkel So Und dann Ist das aber irgendwie Natürlich kommen immer dann Die Kleinen nach Und machen es dann Von dem was sie gelernt haben Dann besser Und probieren die Großen So zu fressen So Das immer so Guck mal wie wir können So Und das ist dann Dieser Biss Und dieser Drive Den ich voll interessant finde Und voll spannend Aber setzt dich sowas Dann auch unter Druck Dass du dann sagst So ich muss das Video So kompakt haben Dass Leute da dranbleiben können Stresst dich das dann Innerlich auch mal? Nicht wegen der Leute Nicht wegen der Zuschauer Aber weil ich halt Für mich selber Das Produkt so haben will Dass es auch für mich Perfekt ist Und Dabei sind die einzelnen Videos Nicht das Problem Sondern viel mehr Ideen zu haben Die wieder einen draufsetzen Und so weiter Dieses ewig lange Problem Mit dem glaube ich Felix von der Laden Seit Beginn an zu kämpfen hat Aber Felix ist ja Auf dem Berg angekommen Das ist halt The problem So Wo geht's weiter Genau Und ich merke Dass man dem näher kommt So oh ich hab das gemacht Oh ich hab das gemacht Ich hab Fake Werbung aufgehängt Jetzt hab ich Fake Wahlplakate aufgehängt Okay Nächster offensichtlicher Schritt Ist ich hol Das größte Die größte Werbetafel Die es irgendwo in Deutschland gibt Und häng da auch noch Irgendwas Dummes auf Aber dann Ich glaube das ist eben Die Qualität Die man haben muss Oder Der USP Den man haben muss Dann eben noch Weiter Sachen zu finden Das ist genau Der Job Eines Youtubers Glaubst du das ist nachhaltig Ja So Content zu produzieren Also für dich körperlich auch so Ja Und psychisch Ja Ja Ich glaube das ist absolut Unnachhaltig wäre Wenn ich Content mache Bei dem ich keinen drauf setze Weil dann wäre es so eine Produktion wo ich so denke Ja dann ist es eine Show Genau Dann ist es eine Show Wir machen ja zum Beispiel Shows Also ich bin immer sehr picht darauf Dass ich sage ich finde ein gutes Konzept Und dann mache ich das ganz oft Genau Und bei dir ist es ja Nicht ein Showcharakter Also Ich sehe das ja zum Beispiel anders Deswegen interessiert mich das total Weil ich bei mir immer sehr auf Selbsterhaltung achte inzwischen Seitdem es mal bei mir geknallt hat So Und davor war ich jetzt auch kein Dave Oder habe die Sachen rausgehauen Die voll krass waren Mein heftigstes Video Was ich gemacht habe War Bällebart Und da hat mir Das damalige Management Irgendwie sehr geholfen Und dann haben wir kurz halt 18 Ballkartons In so ein Zimmer geschüttet Im UFO Und dann war das Thema Eigentlich schon durch Das ist ja inhaltlich Nicht zu vergleichen Mit einem Video Was du jetzt schon machst Auch vom Aufwand her Muss man sagen Und deswegen sage ich so Und selbst in der Phase Nur weil ich viel Content gemacht habe Nicht anspruchsvollen Hat es ja bei mir geknallt Und deswegen bin ich jetzt voll auf dem Wie kann es gut sein Und ich muss mich trotzdem nicht zerschnören Und immer mich selber toppen Sondern ich kann in sehr viel Langsameren Schritten Als du das machst Mich langsam toppen Weißt du So ich bin halt Deswegen sage ich immer Wir sind so Schildkröte Weil dann haben wir hier mit Kochen angefangen Dann stand man erst in der Küche Dann haben wir eine Wand rausgerissen Ein Jahr später Dann haben wir dann ein Studio reingebaut Noch mal ein Jahr später Und jetzt werden wir hier höchstwahrscheinlich Bald durch sein Und gehen dann in das nächstgrößere Nächstgrößere Thema über Und dann geht es halt noch mal weiter Aber das passiert dann Das was bei dir in einem Monat passiert Passiert bei uns in drei Jahren So Ja und ich glaube Da gibt es kein richtig und kein falsch Ja das glaube ich auch nicht Einfach gucken worauf man Ja worauf man Bock hat Und ich habe halt übelst Bock Endlich Content zu machen Ohne dabei von Corona restricted zu sein Weil ich bin Das ist jetzt schon wieder weit davon weg Auf jeden Fall liebe ich das Selber danach zu suchen Und mir den Kopf darüber zu zerbrechen Was denn da noch wäre Was denn da noch gibt Und ich glaube es ist wirklich endlos Diese Liste Muss halt nur drauf kommen Ich meine das ist ein Job Hast du denn noch Hast du denn noch Alter ich habe So wirklich Bücher voll Whiteboards voll Trelloboards voll Wie kommst du da drauf Naja du nimmst halt Nimmst du Marihuana Und guckst dir dann Whiteboard an Nein Ich habe seit anderthalb Jahren Ja nicht mehr gekifft Früher habe ich also Unnormal viel gekifft Also dumm viel Und habe gemerkt Dass ich es nicht kontrollieren kann Und dann habe ich mit YouTube Damit aufgehört Sucht durch Sucht ersetzt Genau Aber Ich Meine Videos entstehen einfach nur Durch Extremer Also Das kleinste Das größte Dann irgendein Teuer Günstig Teuer Günstig Längste Kürzeste Anstrengendste Egal was Dann irgendwas einfügen Der Welt Europas Deutschlands Ever Land Okay Also Dann fügst du Hotel ein Restaurant Deswegen sage ich ja Deswegen fand ich so spannend Dass du sagst Du Und das meine ich Absolut null wertend Dass du das als nachhaltigen Gedanken empfindest Weil Da ja auch der Margin of error Für irgendwas funktioniert nicht mehr Oder du funktionierst nicht mehr Halt extrem groß ist Wenn ich daran denken würde Das beste Hotel in Italien Spanien Frankreich Polen Russland USA Island Oder so Alles zu testen Und das mache ich dann irgendwie Gefühlt in Das muss ja alles schnell Schnell passieren Und auch Geil produziert sein Das in so kurzer Zeit zu machen Wüsste ich zumindest Also Rein als Typ Mensch Das wäre für mich Wie ich funktioniere Fernab von der Arbeitswelt Nicht nachhaltig Weil ich bin danach nicht mehr Für nichts zu gebrauchen Bei solchen Sachen bräuchte ich dann immer Ich meine Trip So wir machen jetzt bald Oder wir sind jetzt gerade Auf unserem drei Wochen Trip Und ich weiß safe Danach bin ich so Einmal einfrieren lassen Für einen Monat Bis ich wieder lebensfähig bin So weil das Todesanstrengend ist Und Ich mich da voll verausgabe Weil ich halt gar nicht so funktioniere Deswegen Finde ich das total spannend Da eher was drüber zu lernen Weil du sagst So ich finde es halt nachhaltig Na klar Ich mache immer die extremsten Sachen Dann muss es beim nächsten Mal Noch extremer werden Dann muss es noch größer werden Und dann geht es noch weiter Weil das wäre für mich was Wo ich dann immer sage So du kennst den Eisberg Wir nehmen Felix jetzt mal Und dann bist du da so gestrandet Auf einer sehr kleinen Spitze Und du siehst eigentlich nur noch Die Abgründe rechts und links von dir Weil wenn du einmal nachlässt Dann stürzt der ganze Berg umgekehrt sich Also als Zuschauerschaft noch nicht Und sagt so Ja damals war geiler Damals war geiler Irgendwo Und dann wenn die ersten Leute das schreiben Dann bist du oben Ja aber dann Dann muss dieses Fritz Meinecke Fuck off Ich mache das hier für mich Und nicht für euch Muss dann durchkommen Okay Und ich glaube da ziehe ich mir Übelst viel auch von Fritz Den ich jetzt zum Also wo ich sehr happy drüber bin Den kennengelernt zu haben Weil der halt einfach Einen Fick gibt Der ist ein geiler Typ Der ist ein richtig Der ist ein richtig krasser Typ Der macht immer extremere Sachen Aber halt nicht für die Community Sondern wirklich für sich Der hat Bock auf große Projekte Der hat Lust Einen draufzusetzen Und wenn er mal keinen draufsetzt Und ein ruhiges Video macht Und die Leute schreiben Ja fand ich schlechter als das andere Dann schreibt er denen Fick dich Es interessiert mich nicht Und ich schreibe halt nicht Fick dich zurück Aber ich scheiß halt auch einfach drauf Ja Und Es ist nicht so dass ich Ich lese Kommentare und so Aber ich Hab halt einfach Richtig früh damit angefangen So zu denken Ich hab einfach überhaupt keinen Bock Mich damit zu beschäftigen Wenn jemand irgendwas Negatives schreibt Oder wenn jemand schreibt Damals war es geiler oder so Natürlich kommt Geht das irgendwann mal nah Geht nur nah Wenn die Leute immer Sag ich den Punkt treffen Über den man selber nachdenkt Genau Das ist die einzige Kritik Die dich trifft Wenn du bist so auch Minute drei bis vier Hab ich irgendwie übel whack geschnitten Das war auch übel scheiße Und dann schreiben die Leute Boah Minute drei bis vier War echt scheiße Und du bist so Fuck ja Genau Dann bist du so richtig verletzt Genau Dann bist du richtig verletzt Aber dann ist das auch konstruktive Kritik Voll Wenn jemand sagt Du dummer Hurensohn Dann bist du so Ja ja passt Oder früher war alles geiler Und du hast aber das Gefühl Warte mal Ich hab gerade übelst Bock Genau diese Videos zu machen Und ich find's gerade eigentlich geiler Als es jemals war Genau Dann ist einfach so Dann ist nicht deins Dann chill Dann geh weiter Geh weiter Kost nix Es kostet wirklich nix Genau Und deswegen momentan mal noch Jetzt auch mit der Woche Pause Bin ich super happy Und super entspannt Super entspannt Und das find ich ganz gut Ja Yeah Aha Yeah Der Podcast ist vorbei Ist aber nicht schlimm Like doch rein Lass ein Abo da Und dann ist es over Yeah Seid ihr da Turnover Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal